Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mache ich mal so ein Video, wo ich ein bisschen mit euch halt rede und euch Sachen erzähle. Und das hier ist auf jeden Fall Teil 1. Also ich werde mehrere Teile davon machen und im Hintergrund seht ihr Roblox eine Pastel-Obi und ja. Also jetzt zum Beispiel werde ich euch ein paar Sachen von meinem Tag erzählen, wie der so war, was ich so gemacht habe. Und genau auf jeden Fall wisst ihr jetzt auf jeden Fall schon mal, was ich in so welchen Videos machen werde. Und ja, falls euch das gefällt, könnt ihr es mir gerne in die Comments schreiben. Und ja, genau. Natürlich werde ich im Hintergrund auch Musik laufen lassen und nicht immer reden. Und ja, wenn ich Sachen habe, die ich euch erzählen möchte, dann erzähle ich euch die und manchmal hört ihr dann einfach nur Musik. Allerdings wird dieses Video hier nicht so lang. Also sorry schon mal dafür, aber den nächsten Teilen, die ich vielleicht machen werde, wird es etwas länger. Also ich fange jetzt mal an zu erzählen. Mein Tag in der Schule war heute eigentlich ganz okay. Und ich bin vor ein paar Stunden halt ja nach Hause gekommen. Und genau, also wir hatten halt ein paar Fächer. Also ich weiß gerade, wir hatten halt auf jeden Fall Sport, Mathe und so. Also ja, also in Mathe haben wir halt ein neues Thema angefangen. In Sport sind wir nur spazieren gegangen. Und ja, also ich finde Schule eigentlich ganz okay. Manchmal ist Schule nicht so toll, aber zurzeit finde ich Schule eigentlich ganz in Ordnung. Was ich auch noch sagen möchte, ich möchte jetzt immer, bevor meine Videos anfangen, ein paar Personen grüßen. Also schreibt gerne eure Namen in die Kommis und falls ihr gegrüßt werden wollt, schreibt das bitte auch noch dazu. Und dann werde ich euch im nächsten Video halt grüßen. Sorry, wenn ihr nicht direkt gegrüßt werdet. Ich werde halt immer nur ein paar Leute grüßen. Ich glaube so fünf Leute oder so. Auf jeden Fall habe ich keine Ahnung, wie viele es sein werden. Aber bitte schreibt euren Namen halt. Und ja, falls ihr gegrüßt werden wollt, schreibt halt euren Namen und dass ihr gegrüßt werden wollt. Also ich glaube, ihr habt es verstanden. Und Leute, falls euch meine Videos zurzeit nicht gefallen, bitte schreibt mir in die Kommentare, was ich besser machen könnte. Und ja, auf jeden Fall würde ich mich sehr über ein paar Tipps freuen, was ich besser machen könnte. Und noch sorry, dass ich zurzeit nicht so viele Videos mache. Aber wie gesagt, ich habe wieder Schule. Und ich habe dann nach der Schule nicht immer Lust. Und ich musste zurzeit auch für ein paar Tests und Arbeiten üben. Und deswegen hatte ich jetzt auch nicht so viel, ja, ich sag mal Zeit. Und auch nicht so viel Motivation dazu. Aber ja, ich versuche jeden Tag ein Video zu machen, weil es gibt so ein paar Stunden, wo ich Zeit habe ein Video zu, also Lust habe. Und manchmal habe ich so keine Lust. Und jetzt hatte ich auf jeden Fall Lust. Auf jeden Fall möchte ich auch auf ein paar YouTuber reagieren. Also falls ihr wollt, dass ich auf den und den YouTuber reagiere, schreibt gerne in die Kommis, wie der YouTuber halt heißt. Und dann werde ich auf ein Video von dem reagieren. Und genau. Das Problem ist halt auch, ich weiß nicht genau, welche Videos ich zurzeit machen soll. Deshalb kommen halt auch nicht so viele Videos, da ich keine Videoideen habe. Deswegen habe ich mir auch gerade überlegt, dass ich mal in den Kommentaren ein bisschen nachschaue bei dem Video, wo ihr mir Fragen gestellt habt. Und dann werde ich mir ein paar Ideen halt raussuchen. Und ich weiß halt nicht, ob euch Murder Mystery gefällt. Deswegen, keine Ahnung, wo ich das nochmal machen soll. Adopt Me wird jetzt erstmal nicht mehr kommen, weil mir macht Adopt Me, ehrlich gesagt, überhaupt keinen Spaß mehr. Also ja, also ich trade auch meine Adopt Me Sachen gegen Murder Mystery Sachen. Also ich würde so, ich weiß nicht Leute, ich kann euch ja jetzt mal mein Inventar einblenden. Und genau, meine Dream Waffe ist halt Chroma Edelstein und am besten noch eine Waffe halt dazu. Also mein Knife, also mein Lieblingsknife ist Chroma Edelstein oder Normal Edelstein. Und ich hätte dann gerne noch einen Chroma Gun dazu, weil ich finde, das passt dann halt besser. Und genau, also falls ihr irgendwie Interesse an meinen Pets habt, ich trade das Ganze gegen Murder Mystery Sachen. Und übrigens, ich mache nicht First und ich würde auch niemals scammen. Ich habe nämlich schon mit ein paar Zuschauern Trust Trade gemacht. Und die können euch ruhig sagen, dass ich nicht gescammt habe, Leute. Und ja, genau, auf jeden Fall könnt ihr mir ruhig vertrauen. Aber falls ihr mir nicht vertraut, ist das auch nicht schlimm. Das ist ja eure Sache. Und ja, genau, auf jeden Fall. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war es. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Dann werde ich auf jeden Fall einen zweiten Teil davon machen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.